Ich hab gesagt, du sollst Widowmaker spielen, aber du hast jemanden gefehlen. Ja, alles klar, du alter Prophet. Du ist Babanen. Verbrennen, hörst du mich? Verbrennen. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Der Tetsu verlangt. Ausgegnet dich, Widowmaker. Boah, ich probier jetzt mal das, was ich... Das Proplay, was ich gesehen hab. Also, wir haben verloren, oder wie? Ja, ja. Ich spiel Widowmaker. Konserven-Dose ist mit uns. Hey, Konserven-Dose. Es ist ein Messias, ich muss es wissen. Ich bin schon viel gefolgt. Wee. Der Gerechtigkeit wird genügend. Von Kiel. Wenn ich mal eine Ulti haben würde, weißt du, wo du einfach schiefst kannst, wenn du mein Kopf schiefst. Wann start mal wieder, was sind Falle? Äh, gute Frage. Äh, ich muss, ich glaube, noch meinem Chef eine Blase. Der findet das so cool, dass es so kalt ist. Der Herbst ist ja nichts mehr, ne? Was schiefst du eben nicht. Hä, hast du denn was gesagt? Anderesfase beginnt in 30 Sekunden. Das verwirrt dich, Vera, soll ich dir nochmal die Böhnchen und die Böhnchen erklären? Die Böhnchen und die Böhnchen, dann machen die Böhnchen dann mit dem Böhnchen. Ja, die Böhnchen. Ja, die Böhnchen. Ja, die Böhnchen. Und die Böhnchen, die Böhnchen reißen dann auf und verschlingen die Böhnchen. Isn't Smiley. Ja. Ja. Herpin, Baby. Ich bin euer Schild und soweit ich Gegner sehe, mach ich den Schild weg und auf und lauf. Oho, wie ist aber nöd? Tololo. Tolololololololololololololololololololo! WEEGE! Alter, was läuft bei dir ö imagen. Das hat nicht so funktioniert, Liga! Ich hätte Спaia überlegt. Bein na aber auch nur, ne? Oder Widowmaker dahinten kann ich erstmal ein bisschen Angst machen. ach man, ich hätte Reinhardt fast gehackt hättest du das? alter ich treff mal gar nichts halleluja machen wir es halt auch Soldier Style hier hab der alle Würde super gemacht, ich bin stolz auf euch ja, wüsst du das? ich hab immer in einem... wenn man das Spiel hier gewinnt, ne dann nenn ich dich auf sofort Propheten dazu ja klar, ne der Tag, an dem der Prophet stirbt der Tag, an dem er gewinnt ich muss die wieder was ist das halt, wenn man von seinem eigenen damit wieder verraten wird ist dem so alter schwimmt oh heroes never die ich bin vergiftet ich bin vergiftet mir stirbt keiner weg ich bin vergiftet ich glaube der den Rift wurde genervt gar nichts okay destroyed prophet prophet ich krieg noch n kill ich nenn dich ab sofort Propheten Tetsu ich nenn dich ab sofort Propheten Tetsu nicht voll geistig Propheten Tetsu das klingt so falsch wenn du Propheten Tetsu sagst aber sagst du nicht einfach Prophet jeder muss wissen wer der Prophet jonge das ist n das ist n waaat 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 weil du sagst oh ehh bist du nächst mal Freunde da sind doch auch schon wieder meine Freunde mit dem Chaos drum hier das einzige Curse bist du oh du bist ein Fehler in der Matrix bin ich das? ja jo ja mhm ja ein bisschen eindeutig stimmt halt so ich mag dich auch so so packt man den Reinhardt raus die Falle des Prophetens ja mach mal Serhat für dich brauchen wir auch noch ein Nickname Mensch was denn hier passiert hast du gar nicht mitgekriegt ne ich habe Geinert hast du wieder mit dem Hammer hier reingehauen ja ich hab den anderen Hammer rausgelassen mit jedem Kill kommt die Ehre mit jedem Kill kommt die Ehre mit jedem Kill kommt die Menschen können dass das hier alles passiert ich konnte nichts dafür ich dachte aber auch nicht den Anzug an haben ja das glaube ich mach den Kuhstall auf dann geht rund hier ja mach alles kaputt dann hat Mercy nichts mehr zu lachen wenn du willst das einzige was wird dann nur noch hoch soll ich dir mal die Macht des Propheten zeigen ja mach mal du kriegst den ersten Kill komm wo bist du ja hier siehst du schließ mal deine Augen ja mach ich jetzt kannst du sie wieder öffnen hast du gesehen was ich getan habe nein nein oh mein Gott das ist alles kaputt das ist alles kaputt das ist alles kaputt die macht das Auberer die haben ne Widowmaker da hab ich vorher gesehen die haben meine Widowmaker ja die haben meine Widowmaker ja die haben meine Widowmaker vielleicht war es auch unsere ich vertraue den Widowmaker ne die haben die Widowmaker ich seh mich gleich dort und solange du dich wieder so cool stierst wie mit Orisa ist alles gut alter ich hab das bei dir gesehen ich fand das gar nicht so blöd ich weiß gar nicht warum du dich so kaputt gesagt hast im Moment war das einfach so fisch wie du abgenippelt bist das ist die Widowmaker oh ne meine Vision ist unklar meine Vision ist unklar da ist die Widowmaker mach mal was für dein Geld Profil ok fuck almost oh my god ah waaat die haben nen Potato Man wir haben keine Chance eine Störung in der Matrix Nix voll in Konzentration wenn ich erst anfangen in den Störungen es ist zu stark ja so sieht es aus oh 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 hinter dir also warte ich das wäre es wieder aber anders sorry weil ich bin vorhin so die Matrix Störung war zu hart ja oh ne triffst du auch was? dodged triffst du auch mal rum? triffst du auch mal rum? warte Perry er ist kaputt da hab ich schon mal jemanden getroffen da hab ich schon mal jemanden getroffen oh oh Seras macht wenigstens Arbeit weißt du ne ich mach auch Arbeit aber es ist ziemlich harte Arbeit voll ah ich hab wieder was getroffen ah ich hab wieder was getroffen das ist wieder was fast tot merci please bemerk mich merci merci bemerk mich drücke X weil dann hast du nen Satz mit X das war wohl nicht boah der war gut oder? der war richtig gut so gut wie mein Tod ja der war richtig gut oh my god I'm so dead right now oh baby wenn ich drauf geht er nimmst du hier jawohl hat sie dich wiederbelebt bleib mir aus hol ich mir jetzt den schäbigen Junkle dieses stückes Stück hat die dir umgebracht ich hatte keine Chance pass auf das ist so ein fetter Schinken auf den Punkt der hält uns grad auf tu etwas Sevas 10 Minuten und Zinn jatter dich jetzt du scheiter oder? Oh Gott nicht I'm so scared right now I don't know who I am you scheiter nur Pech mal du Ruminister alter Habt du das? ja scheiss biesser komm immer dann wenn ichs brauche oh my god alter Alter er ist einfach scheiße Weißt du warum er blau ist? Weil's ein Scheiß-Champ ist. Scheiß-Champs sind immer blau. Also wir finden das eigentlich ziemlich einfach cool. Es sieht fast tot aus. Weißt du? Ach, er ist das erste Mal gestorben. Ja, ich rief schon mal schon. Ich bin ja überhaupt nicht mad. Bist du nicht? Wo? Wo? Da ist ein Scheiß-Turort. Oh, davon mach ich grad ein Let's Play. Nee. Scheiß-Turort. Ich... Ich... Da. Ich hab nicht mehr einen Kill. Was ist da los? Ich hab Winnowbaker den Scheiß-Kopf gekrafen und es übernimmt. Ey, heule Schlampe. Ey, Dezoo. Dezoo. Dezoo, Dezoo, bist du mad? Nein. Ich bin voll nicht ruhig. Hahaha. Das geht aus dem Yata. Goddammit, stirbt das Baby. Er hat mir die Kill gestorben. Oh, nicht schlecht. Eat my shit. Fuck my life. Fuck your life. Fuck my life. Fuck my life. Nein. Nein. Er hat einen Lacker. Ja. Das ist unsere letzte Chance. Ich glaub ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Wir haben keine Power Ranger dabei. Rufen und ab da. Ja, du weißt doch, das klappt doch nicht. Das, das klappt nie. Ja, scheiß Roadhog, Alter. Denkst du besser, wenn er eine scheiß Huppe hat? Nein, ne. Ecken immer noch hinten halten. Fire in the hole. Fire in the hole. Das war garantiert ne Ecke. Das wird alle gesehen. Hier steht mein Name. Kommt der Jäger. Ja, ja. Alles Hacker. Wenn wir verlieren, sind's Hacker. Komm her, Roadhog. Fuck yeah. Fuck yeah. Yeah. Kidney. Wie konnte er noch leben? Weil ich ihn nicht getroffen hab. Nein, zu langsam. Und da sah eine Tracer, ne? Eieiei, guck mal. Selbst die Tracer. Gleich in der nächsten Runde. Ja, dann hängen wir noch. Gleich, mein Freund. Ich glaub, dass man alles, der Prophet endlich recht hat. Und wenn's ewig dauert. Guck dir das an, Alter. Wer hat denn das erwartet? Was ist das denn? Die sind ja alle am Pen. Boah. Aber ich bin auf dem Titelbild. Das wär wichtiger. Ja, episch. Ich sag mal nicht, dass er uns hinter dir wird. Oh, geil. Dann nimmt der Junkwetti alle auseinander. Das sah echt lustig aus.